Hallo, herzlich willkommen zum Juni-Input. Konzert ist an und ich bin auf Reisen. Wenn ich auf Reisen bin, dann kommt auch immer in meinem Gehirn was in Bewegung und ich drehe jetzt mal die Kamera um. Und das ist doch schon ein super Einstieg, denn der Juni-Input dreht sich um Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob du meine Liste mit den Wörtern kennst, wahrscheinlich nur wenn du bei mir im Coaching bist, weil ich da noch gar kein PDF gemacht habe, aber du hast das sicher schon öfter im Internet gesehen, dass man Wörter wegen der Wahrnehmung mit einem Bindestrich-Trend, also wahr-nehmen oder auch hin-hören oder es gibt da noch viele Beispiele und diesem Wahrnehmen möchte ich den Juni-Input widmen. Ich bin hier im Obstalsboom in Varel Dangast, oben an der Nordseeküste für die Seebestattung eines Freundes und habe hier das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. das heißt, ich erhole mich hier gleichzeitig mit dem die letzte Ehre geben und deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen sensibel, sensibilisiert, was ich so wahrnehme und tatsächlich übe ich ja auch das Wahrnehmen schon ganz ganz lange. Das fing mit der Achtsamkeit vor acht bis zehn Jahren an und ich spüre für euch, wie wichtig das ist für mein Coaching, dass ich das nächste Level erreicht habe und das noch viel, viel besser erklären kann. So, zwei Minuten Einleitung reichen jetzt. Wahrnehmung. Das Wort sagt es schon. Ich nehme es. Das heißt, das ist passiv. Und ich nehme es für wahr. Also echt. Was ich da sehe. Höre. Spüre. Und da fängt die Magie an, wenn du nämlich eine Lebensgestalterin sein möchtest. Dann prüfst du, ob du das für wahrnehmen möchtest, was du hörst, siehst oder spürst. Fühl da mal rein und lass es mal in deinem Köpfchen drehen. Aber wichtiger ist mir ja in diesem Zusammenhang das Gefühl. Du weißt vielleicht, sonst nimmst du es jetzt wahr, dass ich sehr auf Sprache stehe und da sehr drauf achte, weil die Sprache ist ja der direkte Ausdruck dessen, was du denkst. Und von hier zu hier. Und ich habe ja auch eine Videoreihe, die heißt Schlüssel zum Glück. Und da ist auch ein Video drin mit dem Thema Sprache. Und eigentlich könnte ich dieses Video ergänzen, um ein Kapitel mit den Bindestrichwörtern. Denn die haben etwas, die haben ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Ob ich so ein Wort mit Bindestrich schreibe oder nicht, macht etwas mit der Wahrnehmung. Probier es mal aus und google mal und such mal selber Wörter. Ach, das Leben ist doch super. So, hier kommt der nächste Teil. Wahrnehmung wird durch Erfahrung geprägt. Das, was eben passiert ist und das, was ich gedacht habe, hat etwas mit meiner Erfahrung zu tun. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Eben war das so, da hätte ich mich entscheiden können, jetzt wütend zu werden. Und dann hätte ich mich so entscheiden können, wie ich das getan habe. Nämlich mal überlegen, wenn ich denn wütend geworden wäre, woran das liegt. Denn wir ärgern uns immer nur über uns selber. Also hier hätte ich auch einfach die Hunde an die Bank, auf der ich gesessen habe, festschnallen können. Habe ich aber nicht getan. Ich habe gedacht, ich könnte die locker in der Hand halten. Wenn dann aber einer Blitz startet, dann ist er halt weg. Und passiert ist da gar nichts. Aber ich meine, wir haben hier Leinenzwang und der andere Hund war lose. Und meilenweit war es Frauchen entfernt. Aber spielt ja alles keine Rolle. Erstens ist es jetzt vorbei. Und zweitens ist immer nur die Frage bei dem, was passiert, was mache ich draus? Wie nehme ich das wahr? Und mit welchem State nehme ich das wahr? Also, erwarte ich vom Leben nur Gutes, dann nehme ich auch nur Gutes wahr. Und jetzt kommen wir so langsam zu dem Kern. Ich bin hier im Obstalsbohm, das habe ich schon mal gesagt, in Varel Dangast. Und ich war schon mal im Obleben vor drei Jahren. Das ist in Vremen an der Nordseeküste auch ein wundervolles Meditationshotel. Und das war jetzt hier, hatte ich so das Gefühl für mich, der ultimative Test ist mein Fokus. Du kennst den Kurs von mir, Fokus. Weil alles andere ist ja unwichtig. Wenn dein Fokus irgendwo ist, dann siehst du nur diese Sachen, die du im Fokus hast. Du kennst das von der Kamera. Und deswegen kannst du deinen Fokus programmieren und dann ist gut. Wenn ich aber in ein Hotel gehe mit meiner alten Wahrnehmung und Erfahrung, nämlich mit dem Scanner Fokus auf Fehlersuche, dann finde ich immer Sachen, die mir nicht gefallen. Und dieses Mal ist es mir so richtig, richtig aufgefallen, wie sehr ich mein Leben gestalten kann und wie schön das wird, wenn ich mich einfach für die tollen Sachen entscheide. Denn die sind ja da, die sind immer da. Das ist dieses, weshalb man so sagt, wenn du ein Dankbarkeitstagebuch schreibst, dann verändert sich ja schon mal dein Fokus. Ja, das ist ganz nett. Aber viel besser ist es, dich von vornherein, deine Wahrnehmung zu programmieren auf die schönen Dinge. Was will ich? Will ich Dinge, die ruhig sind, dann nehme ich die bewusst wahr. Das ist so wie so ein Filter. Wenn du schwanger bist, siehst du nur Schwangere. Also das hängt alles, alles, alles zusammen. Die Wahrnehmung, die Erfahrung, die Entscheidung. Ich hoffe, dass mein Juni-Input dir nochmal einen richtigen Schub in Richtung noch leichteres, schöneres Leben gibt. Und wenn nicht, noch nicht. Wenn du Lust hast, mit mir mal zu walken und zu talken. Auch dazu habe ich gerade eben zwischendurch noch ein Video im Wald gedreht. Dann buch dir das doch einfach mal. Weil wenn du danach, wenn du die Wahrnehmung hast, boah, ist das teuer. Dann hast du die Wahrnehmung nicht auf dem Wert, was es dir erspart und was es dir bringt. Da kannst du einfach die Perspektive wechseln und schon dir mal etwas gönnen. Anstatt, ja keine Ahnung, was vergänglich ist. Eine Handtasche oder sowas. War jetzt nur ein Beispiel. Ich wünsche dir. Ich wünsche dir. lächer-ians Another four jibe. etc. Vielen Dank.